Immer wieder ist der Streit von den früheren BFFs Bibi und Dagi ein Thema bei den Fans und in den Medien. Immer wieder beteuerte Dagi Bee, dass Bibi und sie keinen Streit hatten. Bis jetzt. Das erste Mal spricht die Blondine über den Zoff der beiden. Tatsächlich kann ich es irgendwo schon verstehen, dass viele Leute denken, dass ich sie nicht mag, aber das stimmt überhaupt nicht. Wie ihr wisst, gab es mal so einen kleinen Streit zwischen uns, der halt ein bisschen öffentlich war, aber das war halt auch ein kleiner Mini-Mini-Zickenkrieg vor Jahren. Mittlerweile haben die YouTuberinnen laut Dagi Bee die Unstimmigkeiten aber geklärt. Und sie haben sogar ab und zu noch Kontakt. Worum es in dem Streit ging und was für eine Rolle Duggies Ehemann Eugen dabei spielte, erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos zu Bibi, Dagi und Co. abonnier einfach unseren YouTube-Kanal Starzip.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.